ich lache mich weg der weiß jetzt mittlerweile auch schon dass ich hier bin und versuche weiter zu laufen in die richtung die ich wollte und zwar wäre das da oben nachts ohne was ich habe heute morgen angefangen versucht nur einen charakter zu verlegen und habe gesagt vor wegen okay ich nehme alle alle orte mit wo ich so bock drauf habe war so ein bisschen straßensperre mit zwei da bin ich jetzt auch gerade wieder mit zwei sonnen wie heißt das krankenwagen und da habe ich die zombies einfach die haben mich die haben mich anal weggefragt also hier ging es ging ratzfatz macht ja nix so ich habe ja meine fäuste mal gucken was ich jetzt so ausrichten kann mitten in der nacht ich versuche zu frank zu verlegen dass ich auch in jeder safe so einen habe das ist auf jeden fall recht praktisch und mal ein bisschen rumschleichen vielleicht klappt das ja vorm krankenwagen liegt schon irgendwas weil der wie früher weißt du wo du nicht noch nicht schlagen konnte ist schön auf allen vieren hier verbände ein grab stein will den lese ich jetzt nicht jetzt brauche ich eigentlich nur noch irgendwas zum prügeln auf dem einwagen ist auch was drauf noch mal schmerzmittel super so ich wollte noch von irgendwoher irgendwas zum schlagen mit fäusten ist doch echt semi professionell das stimmt was mal auf den sack geht ist das mutag letzte folge walking dead kommt erst mal echt ja das staffelfinale das ist erstmal wieder feierabend bis oktober jetzt ziehe ich sie erstmal alle hinter mir her und mal gucken ja die letzte folge walking dead war ja nun mhm hast du überhaupt gesehen? ja ja was soll ich dazu sagen ging so und ich weiß noch nicht wie das also es könnte ich denke das wird ein ganz ganz krasser cliffhanger werden ja natürlich ich weiß nicht dass mit diesem terminus also du hast ja echt am schluss nur sehr wenig gesehen aber irgendwas stimmt da nicht also ich habe mir erst mal gedacht obwohl die haben mittlerweile ja nur wirklich ziemlich viele von diesen Filmfehlern ich habe mir nur gedacht wieso sind alle Gitter offen ja das habe ich mir auch erst gedacht so und terminus ich weiß es nicht was echt interessant wird ist auf jeden fall dass derjenige oder diejenigen mit denen Daryl da unterwegs ist ich weiß noch Daryl ne? ja dass der eine weiß wie Rick aussieht ja das ist ja der der vor dem Bett liegen hat genau und du hattest ja recht von wegen das sind die gleichen ich habe die gar nicht so erkannt als solche also entweder habe ich hier Monster Legs oder angeblich werde ich hier verfolgt von Zombies aber die kommen nicht hinterher ist mir jetzt aber auch scheißegal na toll ach ne Leuchtpistole ist es auch noch alter leck mich doch am Sack ich könnte jetzt echt irgendwas vernünftiges essen wie ne Pizza oder sowas ey Hunger wie doof aber ja nichts klingt ja nichts ja wenn ich mir dann jetzt reindrücke dann sitze ich wahrscheinlich irgendwo wieder den ganzen Tag und heute Nacht ja aber was essen musst du ja ne ja aber wenn noch Salzstangen und Nahen und Zipack yay witzig ich renne hier die ganze Zeit wie doof durch die Gegend und oben rechts an der Ecke ist immer noch das Symbol von wegen yo alter du wirst hier von von Zombies verfolgt mit diesem Radargedöns auch noch weißt mit diesem bling bling alles rot aber ich bin schon längst aus dieser Straßensperre raus merkt egal merkt So, da ist noch irgend so ein kleines Kaff, ich höre schon wieder irgendwelche Zombies. Also irgendwas haut hier nicht hin, mit dem Sound, mit dem Server, mit dem Spiel, ich weiß es nicht. Ha. Zombies sind recht leise. Hier ist auch nichts, schade. Das kann aber auch voll an meinem, also ich bin gerade am Uploading, das kann auch daran liegen. Schau mal da, guck, eine Bratpfanne. Jetzt bin ich schon so weit und muss eine Bratpfanne nehmen. Ja, könnte mir doch hinterher, ist mir doch scheißegal ey. Und jetzt bin ich schon so weit. Komisch. So. Ich könnte jetzt abbiegen Richtung Tyler Ranch, nur ich frage mich, tut das überhaupt Not? Das ist ja eh nichts. Nichts mehr. Oder vielleicht jetzt auch schon wieder was, man weiß es nicht, ne? Patchen ja dauernd hin und her, wie die lustig sind. Was hast du denn jetzt heute den ganzen Tag getrieben? Extrem Couching, ne? Ja. Ja, wie gesagt, ich war im Garten, hab mir einen Hexler vom Nachbarn geholt. In die Kettensäge rausgeholt und dann alles mal ein bisschen kleiner gemacht. Alter, krasse Scheiße. Irgendwer hat hier gerade eben aber richtig was entladen. Feuergefecht mit Vollautomatischen. Ganz kurz, ganz, ganz laut. Kann nicht weit weg sein. Und nochmal. Das sind noch irgendwelche, welche Lichter. Ein kleines Kaffee ist da. Tja, dummerweise hat Kaichen aber keinen. Gewehr oder sonstiges. Alter, ja okay. Jetzt weiß ich ganz genau, wo die sind. Die schießen aus dem Haus raus. Hm. Die Schweine. Ja, ne, da kommen Zombies oder irgendwas kommt da. Aber die, die, ich weiß nicht, was die da für ein Gewehr haben. Irgendwas Vollautomatisches. Und ziemlich viel Munition anscheinend. Ich glaube, in meiner Bratpfanne komme ich da nicht so weit. Hm. Wohl nicht. Hallo. 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 Frank, ich bin hier gerade unterwegs. Du bist unterwegs? Ja, und hier wird geschossen wie doof. Und ich schleiche mich da hier so ein bisschen ran. Die sind in so einem Haus drin und feuern einfach aus der Tür. Wo bist du denn unterwegs? Oh, keine Ahnung, wo ich unterwegs bin. Warte mal. Ich gucke mal ganz kurz. Oh, ach, Clearview ist das. Alles klar. Die haben da richtig, richtig gefeuert. Clearview? Clearview. Ja. Wo ist denn das? Irgendwo im Norden. Ich wollte eigentlich in die Safe Zone. Ich habe so ein bisschen Schmerzmittelverbände und so. Und ich habe eine ganz krasse Bratpfanne, Alter. Ach, da, ich sehe schon. Ja, hier wird geschossen wie doof. Gerade Tag oder Nacht bei dir? Äh, Tag. Wird gerade morgens. Äh, morgens. Ah, das ist nur ein Zombie. Okay. Wenn ich da reingehe, werde ich erschossen. Das weiß ich jetzt schon. Ach, ich gehe mal rein. Das ist genauso, wie wenn ich meinen Finger an dem Stück Holz lasse und das durch die kreisige Schiebe ist, den Finger ab. Ich mach das mal. Ach, scheiß auf den Finger. Ich habe ja noch neun andere. Hier sind schon mal zwei Grabsteine. Warte mal, sei mal ruhig. Sei mal ruhig. Ruhig. Alles klar. Der ist, der ist hier in dem Haus. Ich bewege mich jetzt bewusst nicht. Ich habe die Kamera mal so gestellt, dass ich um die Ecke gucken kann ein bisschen. Ich will mich auch nicht bewegen. Wenn ich reingehe, knallt er mich ab. Das ist Fakt. Deswegen schön ruhig verhalten. Hat sich da drin verbarrikadiert, das Schwein. Alter, ich höre ihn hier laufen die ganze Zeit. Das ist eine niedlich. Aber hier ist der Ende. Das ist wirklich eine withdrawarte. Ich habe mich da. Pflanzenverhalter, ich habe mich zero母atlich. uku. ich lache mich weg der weiß jetzt mittlerweile auch schon dass ich hier in dem haus ist er nicht es ist hier noch ein auto ich muss hier ganz schön hören links höre ich ein auto rechts höre ich den typen boah ich bin hier neben dem haus ja scheiße er ist gesprungen er hat gesehen wo ich bin okay das war's nächstes etappenziel egal ich hätte ihn gerade mal mit der bratpfanne erschlagen können also kill it by simple gott okay dann ist es eben so dann ist es eben so